Und willkommen zurück zu Let's Play. Ähm, welchen Stemm müssen wir überhaupt holen? Oh man, ich hab's gar nicht gesehen, warte mal. Ja, egal, der Part fängt schon scheiße an. Willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi 64. Ja, wir spielen wieder Super Luigi 64. Und heute, mal gucken, was wir heute machen. Ein paar Sterne haben wir ja schon. Machen aber die 120, nicht die 70. Hoffe ich mal. So, was für Sterne hab ich denn hier schon? Ja, hier hab ich ja schon einige. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich den Stern da, an den ich gerade denke, noch nicht habe. Hier kann man aber easy abkürzen, kann man da auch einfach drüber fliegen. Oh Gott. Hat fast geklappt. Dann mach ich's halt, wie es geplant ist. Das mach ich jetzt übrigens zum ersten Mal. Also seid nicht zu streng. Okay, ja. Hat nicht ganz geklappt. So. Denn wir müssen jetzt noch... Ich muss hier weg. Ja, genau. Das müssen wir machen. Oh, nur auf die Dinger. Und wenn wir das hinkriegen... Ich weiß noch. Bei meinem alten Let's Play zu Super Mario 64 hatte ich... Bei dieser Aufgabe, die eigentlich gar nicht schwer ist, hatte ich übelste Probleme. Und ich weiß bis heute nicht, warum. So, dankeschön. Und jetzt lande einfach auf dem. Das gibt's doch nicht, Mann. Dass ich das jetzt verkackt habe. Und dass ich sterbe. Oh, scheiße, ey. So. Okay. Ja, genau. Das spawnt einfach direkt vor mir. So ein Typ. Ist klar. Oh, Mann. Weit vom The Freezing Point. Ich weiß halt nicht, welcher Stern das jetzt ist. Tut mir leid. Arschloch. Das weiß ich nicht. Oh, Mann. Ja, okay. Wir machen schon den richtigen Weg, weil ich's nicht kann. Das kann ich halt echt nicht. Oh, zum Glück hat er jetzt die Stampfattacke gemacht. Sonst wäre ich direkt in den Typen da reingesprungen, ey. Oh, mein Gott. So. Okay. Jetzt machen wir's aber richtig hier. Reicht das? Ja, das reicht. Super. Okay. Und hier ist ein Stern. Und ich hoffe, dass es jetzt der Stern ist, den wir einsammeln sollen. Kannst du mal herkommen? Dankeschön. So. 66 Sterne haben wir. Das ist so super. Ja, okay. Das war der. 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 Oh. Jetzt will er die roten Münzen. Dann machen wir doch mal gleich noch die 100 Münzen. Und das wird doch in dem Kurs. Also die 100 Münzen Mission in dem Kurs, die hab ich ab. Das war der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich mach die 120 Sterne nicht. Gut, ich hatte schon bei anderen, hier waren wir schon bei 27 Parts angelangt. Und ich hatte schon mehr Sterne nach 27 Parts, aber auch nicht viel mehr. Und zwar hatte ich da irgendwie 75 oder so. Und jetzt sind wir hier beim 14. Part und haben 66. Also, ich glaube, das ist ein guter Fortschritt. Ne? Ich glaube, Mann, das ist ein guter Fortschritt. Und ich will hier echt keine Münze verpassen. Kann man den besiegen? Ich will es erstmal nicht herausfinden, um ehrlich zu sein. Und ich denke, dass der mich nur umbringt. So. Hier sind auch schon die ersten roten Münzen. Ja, ich denke, dass diese Münzenmission hier nicht so schwer sein sollte. Hoffe ich mal. So. Ich bin ja auch damals irgendwie nur an zwei Münzen oder so gescheitert. Dass ich dann gesagt habe, ne, ich mach das nicht. Das war es jetzt von Super Mario 64. Und ja, das hat mich auch, das hat mich damals aufgeregt. Dass ich diese Münzen hier gebraucht habe, aber die irgendwie nie gekriegt habe. Weil die immer wieder verschwunden sind. So, aber der gibt nur zwei, oder? Ich hoffe, dass es jetzt die zwei sind, die ich da eingesammelt habe. Wir haben schon mal 23. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Komm her. Ja, das reicht. So, okay. Wow, 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 Alter. So, ich glaube, das ist jetzt so ein Faker, genau. Richtig, okay. Nein, komm her. Münze, Münzen. Scheiße, scheiße, scheiße. Auch die Münze in diesem Spiel, ne? Die sind doch teils echt unfassbar. Ja, super. So, die geben drei. Ich will sie verarschen. So, dankeschön. Ja, dann ist es doch gar nicht mal so schlecht hier, ne? Die Münzen müssen... Vor allem im Iglo sind ja noch Münzen. Ah, hier ist nur ein Up. Aber ein Up ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube einfach, dass der keine Münzen gibt. Hoffe ich mal. Dass ich hier nicht gleich umsonst rumfälen muss. So. Okay, haben wir doch schon mal 38, ne? Mann, geh runter. Und schwimm da runter. Okay. Und hier sind auch noch Münzen. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal einen etwas illegalen Weg zum Iglo. Warte, die darf ich nicht kaputt machen. Hier muss ich ja noch hin, weil hier sind vier rote Münzen. Oh, fuck. Oh, fuck. Und da ist noch ein Ding, so ein... Genau, da ist ja noch so ein Panzer. Und mit dem... ... muss ich erst mal... ...da rankommen. Alter Mann. Noch an andere rote Münzen. Und das ist halt nicht so einfach. Ja, komm halt her. Du Vieh. Komm. Sag mir bitte, dass das reicht. Das reicht nicht, aber... Ah, da wäre noch so ein Typ gewesen, ey. Das gibt's doch nicht. So. Nein, 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 nein. Das wollte ich doch nicht. Raus hier. Gott. Oh, Leute. Warum wusste ich, dass das hier ein Problem wird? Natürlich! Junge, dieses Wasser ist so ein Arschloch, Mann. Als ob man irgendwie in nur 20 Sekunden... ... in so einem etwas kälteren Wasser bis direkt stirbst, Alter. Oh, Mann. Das geht bestimmt schneller als gedacht, aber trotzdem. Ja, komm, nee, wir machen... Wir machen hier heute diese blöde Mission. Wo bist du jetzt? Nee, ganz ehrlich, bevor ich hier komplett ausraste... Nee, komm. Ähm, wir machen das später. Haha. Wir machen das einfach später. Wir haben hier noch den Geisterkurs zu machen, ne? Ja, komm. Wir haben mit dem angefangen, dann machen wir den jetzt auch. Äh, das machen wir später. Also, da fehlt uns eigentlich jetzt nur noch... ...der Münzenstern in dem Kurs, da, ne? Ja, genau. Boah, Junge. Dankeschön. Es ist so schwer. So, was gibt's hier denn? Äh... Oh, was? Oh, nein. Ich weiß natürlich wieder total, welcher Stern gemeint ist, aber ich glaub, ich weiß es und ich hoffe es. Aber hier ist wenigstens die 100 Münzen-Mission nicht so schwer. Ich hab doch gedrückt, dass ich keinen Schaden erleiden sollte. Junge, Junge, Junge. Okay, der Part ist ein bisschen failig, geb ich zu. Aber nur, weil hier gerade irgendwie alles im Bach runtergeht, hab ich das Gefühl. Dreh dich bitte da hin. So. Ja, ich glaub, wir müssen jetzt hier einfach die ganzen Boo-Hoo's besiegen. Und ihr seht, das gibt gewaltig Münzen. So. Ja, komm, wir können mal den 100 Münzen-Stern heute machen. Ist gar kein Problem. So. Bam. Bam. Ey, willst du mich verarschen? Meine Fresse. Ja, genau. Das ist so ein Betrüger. Unfassbar. Jetzt brauch ich, glaub ich, noch nicht mal den Seitwärtssprung. Genau. Geht so einfach. 67. Stern. Aber, wir gehen hier noch weiter. Weil wir ja die 100 Münzen wollen. Deshalb geht's hier noch ein bisschen weiter. Bevor wir diesen Stern da einsammeln. Hab ich den überhaupt schon? Ich glaub nicht. Wenn schon, wäre das so hart fail, Alter. Ich mein, den haben wir noch nicht gesammelt. Ne, ne, den haben wir noch nicht. Mit Sicherheit haben wir den noch nicht. So. Da oben habt ihr ja schon das Auge gesehen. Das Auge gibt auch nochmal 5. Also, so schwer sind die 100 Münzen hier nicht. Wenn wir schon hier unten sind, können wir das machen. Ist gar kein Problem. Weil wir haben schon 30. Und nicht viel, nicht lange gebraucht, die zu kriegen. Deshalb hab ich grad irgendwie Bock, richtig hart Bock. Hier 100 Münzen zu holen. So, okay. Dankeschön. Ja, ich glaub, das ist so ein Kurs, wo die 100 Münzen leicht sind. Oh ja. Oh ja. Guck mal, wir waren noch nicht mal im Haus drin, ne? Und wir haben jetzt schon fast die Hälfte. Also, wenn wir gleich einen Geist besiegen, haben wir schon mehr als die Hälfte. So. Also. Das ist hier ziemlich chillig. Denke ich. So. Mann, das geht ja hier nur. Wir brauchen unbedingt diesen Schalterpalast. Ah, guck mal. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist denn hier? Münzen, Münzen, Münzen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaub, die kriegen wir sogar ohne die, ohne die roten Münzen einzusammeln. Aber ich krieg natürlich, will natürlich jede Münze, die ich kriegen kann. So. Ich meine, hier ist eine rote. Aua. Ja. Die sammeln wir aber später nochmal. Keine Ahnung. Ich mach's grad ein bisschen komisch, ich weiß. Aber ich will dat. Hehehe. So. Ich meine, hier oben war noch was. Der gibt fünf Münzen? Was? Zum Teufel. Alter, nice. Ja, den blauen Schalterpalast, den müssten wir langsam holen. Einfach, weil wir den langsam brauchen. So. Oh, oh. Hier gibt's auch nochmal zehn Münzen. Da haben wir schon 83. Ja, also das geht hier sehr, sehr schnell. Sehr schön. Auge. Bist du behindert, du Auge? Okay, jetzt hat er mich im Visier und stirbt. Und nochmal fünf. So cool. Joa. Damit haben wir ja schon einiges. Ja. Der ist auf der anderen Seite. Dann gehen wir direkt mal hier rein. Weil hier eben auch noch einer ist. Okay, dann komm ich halt zu dir. Guck mal. Alter. Jetzt haben wir schon 90. Jetzt, jetzt haben wir 90. Noch zwei Geister. Und dann sind wir fertig. Also, das ist so chillig hier. Und wir haben noch nicht mal den oberen Stock da abgeguckt. Deshalb sage ich, wir brauchen hier kaum die roten Münzen als Hilfe. Bitte hier nicht runterfallen. Weil da unten, dann fallen wir nämlich da beim Karussell wieder runter. Da, wo der Stern ist. Also, wir können es da gleich runterschmeißen. Einfach, um abzukürzen. Einfach, um schneller zum Stern da zu kommen. So. Okay. Ach, nee. Ich brauche irgendeinen Raum, wo ein Geist ist. Haha. Ist hier ernsthaft jetzt keiner? Muss mich verarschen. Einer muss hier noch sein. Irgendwo. Mit Sicherheit. Oder ein Auge. Ja. Sehr gut. Wenn du jetzt hier noch am Auge stirbst, weil ich jetzt die ganze Zeit dagegen laufe. Kann ja sein. Nee. Dankeschön. Was zum Teufel? Lol. Aber hier. 100 Münzen. Nice. Okay. Und der 68. Stern wartet unten. Und dann ist alles schön. So. Einfach hier runterfallen lassen. Nice. Direkt im Wasser gelandet, so wie ich es wollte. Und hier ist direkt noch ein Stern. Und zwar den, den wir gerade geholt haben. Yeah. Aua. Okay. Ja, war doch gar nicht mal eine so schlechte Idee, das so zu machen. Ich meine, wir waren schon da unten. Dann hat das ja gepasst. Und ja. Ging eigentlich voll klar. So. Wo ist er jetzt? Da. Oh, komm schon. Dankeschön. Und ich glaube, die Sterne hier sind auch nicht so schwer. Secret of the... Äh. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Und zwar ist das ein Stern, der auch nicht so scheiße schwierig ist. Ja, 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 ich weiß, was das ist. Nur, ich weiß nicht mehr, wie der geht. So richtig. War das hier? Das war eben in einem der Räume, wo wir eben drin waren. Hier waren wir gar nicht. War das hier? Ja, hier war das. So. So. Zwar... Muss man hier irgendwie... Okay, das war schon mal falsch. Echt, der obere zuerst? Lol. Vielleicht von oben nach unten. Alter. Nee? Okay. Alter, das wollte ich nicht. So. Dann den oberen. Dann den unteren. Dann den in der Mitte. Ja. Alter, bitte. Oh, was ist denn hier los? So. Dankeschön. Okay. Und jetzt können wir hier ganz easy zum Stern... Ah, nee, ich glaube, man kann von da einfach rüberjumpen. Und dann muss man das Buchrätsel gar nicht lösen. Das wäre auch eine Alternative. Aber wir haben es jetzt so gelöst. Ja, wir könnten theoretisch schon im nächsten Part das LP beenden. Aber machen wir nicht. Machen wir nicht, komm. Nee, 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 das machen wir nicht. Wäre auch schön ohne Tic-Tac-Trauma und sowas. Aber komm. Diesmal spiele ich es zu... 100% durch. Alle 120 Sterne. Das möchte ich auch mal schaffen. Ja, die geheimen 8 roten Münzen. Das können wir ganz schnell machen, weil das kein großes Problem ist. Das haben wir ja... Wir haben eben schon ein paar geholt, ne? Aber... So, dann machen wir es jetzt nochmal so richtig. So, okay. Nice. Und hier sind gleich zwei... Nee, ja genau, hier waren gleich zwei. Ganz überraschend für mich gerade eben. Dass hier gleich zwei waren. Aber umso chilliger. So. Okay, 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 okay. Nee, hier war, glaube ich, hier oben. Da oben war einer. Aua, das hat wehgetan. Da... Wir waren ja oben auf diesem Gitter. Das ist halt... Direkt unter diesem Raum. Über diesem Raum. Und da scheint eine rote Münze zu sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und hier ist einfach nur einer. Geist. Geist. Und dann müssen wir hier von der anderen Seite kommen. Genau. Und dann ist hier einer. Ist in dem Raum wirklich keine rote Münze? Nö. Anscheinend nicht. Oh, zum Glück nicht runtergefallen. Weil da falle ich irgendwie manchmal runter, weil ich da irgendwie mit der Kamera nicht so richtig... zurechtkomme. Weil ich mich da mit der Kamera nicht anfreunden kann. Wir haben schon vier. Okay, ja. Vier auf der unteren Etage und vier auf der oberen. Das würde Sinn machen. Und da kann man irgendwie so rüberjumpen, da zu dem Stern. Das geht. Und dann kann man ihn holen, ohne das Buchrätsel machen zu müssen. Ist echt hier nur das Buchrätsel oder ist hier auch irgendwie eine rote Münze? Okay, hier scheint nur das Buchrätseln. Buchrätsel zu sein. Keine rote Münze. Okay. So, und hier ist jetzt... Ja, da ist die rote Münze. Okay. Nicht runterfallen. Dankeschön. Da sind ja noch so Löcher im Gitter. Ich glaube, das seht ihr. Ja, 70 Sterne. Haben wir heute fünf Sterne geholt? Das geht. Okay. Okay. So. Nice. Nee, vielleicht holen... Vielleicht machen wir dann... Holen wir gleich noch hier... Machen wir den Kurs zu Ende. Das wäre auch gut, ne? Wenn wir das hinkriegen würden. So. Das war ein ganz komischer Raum. Wow. Lol. Okay, wo sind denn noch die restlichen roten Münzen? Hier ist noch eine. Noch eine fehlt mir. Wo ist sie? Wo ist die letzte rote Münze? Ah. Wow. Ich glaube, sie ist... Könnte sie da in dem Raum sein? Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Boah. Habe ich da hingeschafft? Ne, hier sind blaue Münzen. Oh, sag mir nicht, ich brauche die Cap dafür. Oh, da ist sie hier oben. Ist schon mal so ein Guy. Lol. Er sagt mir nicht, dass... Ne, ich glaube, dass da keine rote Münze ist. Wo ist denn die letzte rote Münze? Hier, Mann. Ist sie echt jetzt hinter so einer Wand? Oh, Mann. Ich glaube nicht, dass ich die Cap dafür brauche. Für die rote Münze. Bin ich mir eigentlich sicher. Ich wollte einfach nur gucken, wo ich hinkomme. Und ich komme direkt hier hin. Alles klar. Und wenn ich die Münze jetzt hier nicht finde... Hm. Hol' ich sie einfach am Anfang des nächsten Parts nach. Wo diese scheiß Drecksmünze ist. Das gibt's doch nicht, ey. Wo ist sie denn? Oh, Leute. Ja, dieser Einerstern da mit dem Buhu. Den habt ihr ja jetzt auch gesehen. Dass man einfach da zum Buhu muss. Wenn wir uns im nächsten Part einfach auf den Weg dahin machen. Und dann ist gut. Aber die müssen im Haus sein. Sieg der 8 Red Coins. Ja. Hier ist bestimmt noch irgendwo irgendeine rote verdammte Arschmünze. Kann doch nicht sein, dass ich die jetzt nicht finde, Mann. Als ob die hier nicht ist, Mann. Das gibt's doch nicht. Ist hier vielleicht in dem Raum noch eine zweite? Klavier? Nee. Aber da oben ist was. Ja, ich glaub, das ist einfach Stock weg darüber. Ihr seid doch Arsch... ...Lochs. Das gibt's doch nicht. Nee, das gibt's einfach nicht. Dass ich hier verfickte Scheiße nicht die Münzen finde. Hier war eine rote. Hier ist... Ja. Hier ist nichts anderes. Hier ist nur die eine rote. Hier ist das Auge. Ja, das gibt's doch nicht. Die ist bestimmt so irgendwie so richtig lol versteckt. So eigentlich kann man die nicht über... Moment mal. Waren beim Grab nicht immer zwei? Ja. 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 Okay, das geht hoch, aber da ist nix. Nee. Hier war doch nur eine. Das hätte ja theoretisch die Lösung sein können. Boah. Das sind mir aber auch zu viele Räume ohne rote Münze. Irgendwo muss sie doch sein, ey. Verdammt nochmal. So. Nee, ich find sie nicht. Ich find verdammte Scheiße nicht diese rote Münze. Wo auch immer die sein mag. Meine Fresse. Wo ist Simon? Hier war ja noch eine. Hier war ja noch eine. Gott, ist sie ernsthaft hinter so einer dämlichen Wand? Ja, anscheinend. Und hier ist nichts mehr. Joa, Leute. Dann sehen wir uns am einfach Anfang des nächsten Parts wieder. Dann werde ich diese scheiß Münze gefunden haben. Danke fürs Zusehen. Und tschüss. Und dann geht's. Von Schuss. Bis zum nächsten Mal.